Hallo und herzlich willkommen hier auf The Big Reak, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung von königlichem Wissen. Im folgenden Video zeige ich euch eine weitere Partie von Vincent Keimer, und zwar von der Polgar Challenge, die aktuell läuft. Und zwar aus der Runde 15 gegen Ramesh Babu Pragnananda, einem super Talent aus Indien, geboren am 10. August 2005, ein bisschen jünger als Vincent. Und mit einer Elo-Zahl von über 2600, wirklich eines der größten Talente weltweit. Und das war natürlich interessant zu sehen, wie zieht sich Vincent Keimer, nicht Schneider, aus der Affäre gegen Pragnananda. Gehen wir rein in die Partie. Ist natürlich Schnellschach, 10 plus 5, Springer f3, Springer f6, c4, g6, Springer c3, Läufer g7, g3, kurze Rojade. Läufer g2, d6, d4, Springer c6. Und das ist hier königsindische Verteidigung, das Fianchetto-System. Kurze Rojade, machen wir den Zug noch. Weiß hat hier den Läufer fianchettiert und kurz rojiert. Und das nennt man das Fianchetto-System gegen die königsindische Verteidigung. Ich selbst spiele diese Variante, oder habe sie auch schon häufig gespielt, mit schwarz. Jetzt ein bisschen interessanter, ich schaue es mir aus weiße Sicht mal an. Und auch den folgenden Zug, der jetzt gekommen ist, E5. Und da war ich natürlich sehr interessiert zu schauen, wie spielt denn so ein Top-Talent wie Pragnananda diese Variante. Eine der Möglichkeiten ist hier D5, womit man den Springer attackiert. Dann geht der Springer zurück nach B8 und wird über a6 später wieder auf dieses schöne Feld c5 umgruppiert. Trotz des Tempoverlustes ist diese Variante recht gut spielbar. Keimer spielt aber hier D schlicht E5. Er nimmt den Bauernweg im Zentrum. Das ist auch eine Empfehlung eines Top-Theoretikers in einem wichtigen Buch über diese Variante. Hier geht es weiter mit D schlicht E5. Ja, D schlicht E5 muss ich sagen, das ist auch einer der Züge, den ich bis jetzt noch nicht gespielt habe. Ich habe meistens Springer schlicht E5 gespielt. D schlicht E5. Man nimmt den mit dem Bauern wieder. Das ist eigentlich logischer, um hier das zentrale Feld zu kontrollieren und mit einem Bauern im Zentrum zu stehen. Es geht hier weiter mit Läufer G5, fesselt den Springer auf F6. Das ist alles super logisch. Und jetzt droht Weiß, die Damen zu tauschen und dann mit dem Springer nach D5 zu gehen. Deswegen ganz wichtig aus schwarzer Sicht H6 hier, den Läufer attackieren, um ihn sofort zu einer Entscheidung zu zwingen. Vincent tauscht erstmal die Dame auf D8, Dame D8, Turm D8 und nimmt jetzt raus auf F6, Läufer schlicht F6, Läufer schlicht F6 und spielt Springer D5. Das sieht auf den ersten Augenblick wie ein Gepatze aus von Schwarz, weil es einen Bauern einstellt. Ist es natürlich aber nicht. Das ist alles analysiert und schon einige Male gespielt worden. Und ja, sehr interessant zu sehen, hat Schwarz hier genug für den Bauern? König G7 ging es weiter. Springer schlicht C7. Weiß gewinnt einen Bauern auch noch mit Tempo. Der Turm muss ziehen. Und ja, das ist jetzt eine theoretisch sehr interessante Stellung hier, die mich insbesondere aus schwarzer Sicht, muss ich sagen, interessiert. Vincent setzte mit Springer D5 fort. Ich habe mir das natürlich mit Stockfisch angeschaut und natürlich auch ins Live-Buch reingeguckt von Chessbase, wo natürlich Leute schon analysiert haben, diese Stellung. Und E4 dürfte hier der kritische Zug sein, mit der Idee, danach Springer D5 zu spielen. Warum E4? Ganz einfach. Vincent spielte Springer D5 und das lässt jetzt aber schwarzes E4 zu, mit Angriff auf den Springer und Angriff auf den Bauern auf B2. Hier muss man aufpassen als weißer. Springer schlicht F6 geht natürlich nicht als Zwischenzug, wegen E schlicht F3 ebenfalls Zwischenzug. Und zwei weiße Figuren sind angegriffen und Schwarz gewinnt dadurch definitiv am Ende eine Figur. Deswegen Springer D2. Greift den Bauern an auf E4 und jetzt sehr interessant, ohne nachzudenken, E3. Pragnananda war immer noch in seiner Vorbereitung und ihr werdet überrascht sein, wie lange er in seiner Vorbereitung drin gewesen ist. Ich werde euch darauf hinweisen, wenn es soweit ist. E3. Weiß darf natürlich nicht mit dem Springer schlagen auf D5, der ist gefesselt hier. Vorsicht. Er nimmt aber erstmal auf F6. Zwischenzug. Den Springer. Den Läufer. Entschuldigung. König schlicht F6. F schlicht E3 mit Schach. Dann hätte weiß plötzlich zwei Bauern mehr. Das ist nicht im Sinne des Erfinders. Schwarz spielte E schlicht D2. Der Springer ist angegriffen. Der geht zurück nach D5. Läufer G4. Greift den E2 an. Weiß muss diesen Zug F3 machen. Läufer E6 zurück. Schwarz hat jetzt hier ein wichtiges Tempo gewonnen durch den Zug F3. Jetzt deckt der Läufer nicht mehr den Springer auf D5. Aber Weiß kann E4 spielen und den Springer auf D5 erstmal zementieren. Es geht aber weiter mit Springer A5 und Angriff auf den Bauern C4. Schwarz ist besser entwickelt. Alle vier Figuren sind entwickelt. Während bei Weiß nur der Springer im Zentrum eigentlich richtig entwickelt ist und die Türme noch nichts machen und der Läufer jetzt natürlich auch so ein bisschen eingekerkert wurde. Wenn ihr euch fragt, was passiert nach B3 hier, dann kommt B5 natürlich und das Konstrukt hier wird aufgerissen. Weiß kann das nicht halten und dadurch bekommt Schwarz schönes Gegenspiel. Das leuchtet mir ein. Stattdessen spielte Weiß hier Turm Fd1. Greift diesen Bauern an. Springer schlicht C4. B3. Läufer schlicht D5. Sehr wichtiger Zwischenzug. E schlicht D5 natürlich. B schlicht C4. Läufer schlicht C4 würde Schwarz einfach einen Bauern mehr haben. Das geht nicht. Ne. E schlicht D5. Jetzt aber Springer E3. Der Springer war angegriffen. Turm schlicht D2. Turm schlicht D5. Turm schlicht D5. Springer schlicht D5. Turm C1 von Vincent. Und tja, bis hierhin hatte Pragnananda das hier, ich vermute mal, vorbereitet. Jetzt nicht unbedingt für Kaima, aber generell war das noch in seiner Vorbereitung, weil er hatte bis hierhin alles sehr schnell gezogen. Und jetzt dachte er das erste Mal sieben Minuten für den nächsten Zug nach. Das ist natürlich relativ viel. Sieben Minuten. Wenn man bedenkt, dass er am Anfang nur zehn Minuten Zeit hatte. Natürlich immer plus fünf Sekunden für jeden Zug. Ja. Und jetzt ging er mit... Der Springer hier hat verschiedene Möglichkeiten. Der kann nach B4. Der kann nach E3. Das ist alles okay, sagt die Engine. Aber auch das, was er spielte, ist auch okay laut Engine. Springer F6. Er ging zurück. Die Idee ist eventuell, den Turm zu jagen. Wenn Turm C7 kommt, der kommt nicht so richtig. Also dann kann Schwarz den Turm attackieren. Oder über E8. Und der Turm kann sich auf der siebten Reihe nicht wirklich halten. Ähm... Schön gesehen. So, was sagt die Engine? Das Endspiel ist übrigens super interessant hier. Ähm, Turm und Läufer gegen Turm und Springer. Ähm, die Engine sagt, total ausgeglichen. Aber aus menschlicher Sicht finde ich, dass es einfacher ist, als für Weiß zu spielen. A. Weiß hat einen momentan aktiveren Turm. Der Turm auf B8 ist ein bisschen passiv. Und der Läufer ist normalerweise dem Springer in solchen Endspielen, in denen auf zwei Flügeln gespielt wird. Das ist eine Weisheit, die jeder kennt, der schon lange beim Schach dabei ist. Der Läufer ist dem Springer etwas überlegen. Was ist etwas? Es gibt genügend Beispiele, wo man gesehen hat, dass der Läufer einfach, ja, als langschrittige Figur, als fernwirkende Figur dem Springer, der kurzschrittig ist, natürlich überlegen ist in solchen Endspielen. Trotzdem sagt die Engine 0-0 hier. Finde ich nicht, muss ich sagen. Praktisch, finde ich, hat Weiß bessere Möglichkeiten. F4. Aktiviert den Läufer, macht ihn lang. Springer E8. König F2. Ganz wichtige Lektion, die ihr jetzt mal wieder lernen werdet im Endspiel. Könige aktivieren bitte im Endspiel. Der König ist eine sehr starke Figur im Endspiel und kann sehr aktiv eingreifen ins Geschehen. Warum ist das so? Oder man muss das auch im Umkehrschluss mal betrachten. Dadurch, dass so wenige Figuren auf dem Brett sind, kann er nicht so schnell matt gesetzt werden. Eigentlich fast unmöglich in so einem Szenario. Der kann sich schön frei bewegen im Zentrum und es ist super schwierig, ihn matt zu setzen. Also schön aktivieren. B6. Läufer F3. Turm D8. Schwarz aktiviert seinen Turm. König E3. Vincent mit seinem König auf jeden Fall näher im Zentrum oder zentral aufgestellt und der schwarze König noch auf G7. König F8. Turm C4. Springer D6. Turm C7. Da haben wir ihn. Weiß hat seinen Turm schön aktiviert hier. Springer F5 Schach. König E4. Hier gibt es Möglichkeiten für Schwarz, den König zu jagen mit Turm E8 Schach. Da muss der König rüber zum Damenflügel. Aber Pragnananda wählte A5. Läufer G4. Greift den Springer an. Turm E8 Schach jetzt. König D3. Turm D8 Schach. König C3. Der König läuft rüber. Bloß nicht König C4. Das wäre natürlich ein kapitaler Fehler. Man muss immer vor Springer Gabeln aufpassen. Taktik ist natürlich immer wichtig, auch im Endspiel. König C3. Springer E3. Greift den Läufer an. Läufer geht zurück. Hier wäre es übrigens sehr interessant, den Turm abzutauschen und dieses Endspiel zu spielen. Mit der Idee natürlich, mit der Kernidee, dass der Läufer dem Springer eigentlich auf so einem Kampf auf zwei Flügeln eigentlich überlegen ist. Man muss sich nur vorstellen, wenn der Springer nach F1 geht und hier angreift, dann kommt der König schnell hier rüber. Schlicht den, schlicht den. Und dann hat er hier zwei Freibauern. Und der Läufer als fernwirkende Figur, der stellt sich einfach nur hier auf und kontrolliert diese wichtige Diagonale. Während der Springer auf H2 wieder zwei Züge machen muss, bevor er ins Zentrum kommt. Also Turm C8 war sehr interessant. Ähm, Vincent spielt aber Läufer F3. Auch völlig okay. Turm D6. A4. H5. B4. Weiß schiebt die Bauern vor. Am Damenflügel, ne? Will hier eine Schwäche kreieren und dann mit Turm A7 diese Schwäche attackieren. Oder mit Turm C5. Je nachdem. Schwarz nimmt raus. Solche Entscheidungen sind übrigens immer sehr schwierig, praktisch. Die Engine zeigt immer 0-0 an. 0-0. 0-0. Ausgeglichen. Für einen Menschen ist das überhaupt nicht einfach. Zum Beispiel, lasse ich den Bauern auf A5 stehen oder tausche ich auf B4? Das muss man sehr konkret rechnen. Wenn man auf B4 nimmt, so wie das Pragnanandaye macht, dann wird der, Entschuldigung, dann wird der Weiße König plötzlich aktiviert. Und der Weiße König möchte natürlich nach B5 laufen und den Bauern B6 attackieren. Das ist eine sehr unangenehme Entscheidung für den Spieler in dem Moment. Hier hätte Schwarz noch Gegenspiel haben können und zwar mit H4, sagt die Engine. König B5, Springer F5, Läufer C6 und hier H3. Ganz schwierige Zugfolge. König schlecht B6 und hier nicht auf G3 nehmen, was auch Quatsch ist, weil der Läufer hier... Ja, so Quatsch ist das gar nicht. Sehe ich gerade. Hier würde der Bauer sogar durchlaufen. Nach Springer schlicht G3 ist wahrscheinlich A5 super stark hier. Die Engine möchte hier Turm D2 spielen und sieht hier noch Gegenspiel mit dem Turm hier nehmen. Aber super schwierig am Brett sowas auch nur ansatzweise zu berechnen. Denn jetzt wird es hochtaktisch, wenn Freibauern ins Spiel kommen, dann wird es immer hochtaktisch, weil diese Freibauern rennen, da muss man extrem viel berechnen. Stattdessen spielte hier Prangnananda sofort Turm D2, griff den Bauern H2 an, weiß aktiviert den König. Ihr seht, was habe ich gesagt noch vor fünf Minuten? Ganz wichtig, den König aktivieren im Endspiel. Auch wenn das lange dauert, ihr seht, der König ist eine unheimlich starke Figur im Endspiel. Er kann den Bauern angreifen einfach. Der Läufer zum Beispiel hier, der kann den Bauern nicht angreifen, der steht auf Schwarz. Turm B2 Schach, König A6. Und das ist eine ganz schwierige Stellung hier. Weiß hat eigentlich nur aktive Figuren. König, Turmläufer, alles aktiv. Schwarz hat einen aktiven Turm, einen guten Sprenger, aber der König spielt überhaupt nicht mit. Und man hat natürlich latent Angst mit Schwarz. Was passiert, wenn der Bauer weg ist? Dann läuft der A-Bauer einfach durch. Ja, ich hätte jetzt wahrscheinlich auch auf H2 genommen. Das Beste ist aber H4. Laut Engine. Mit komplizierten Varianten, die ich jetzt nicht zeigen will. Ihr könnt natürlich die Partie etwas, was viele von euch nicht wissen ist. Ich poste auch immer einen Link in der Videobeschreibung, wo ihr die Partie online nachspielen könnt. Da sind häufig noch zusätzliche Varianten drin. Nutzt bitte diesen Link auch häufig. Weil häufig wird gefragt so, ja, wieso kann ich die Partie, wieso hast du die Partie abgebrochen? Gestern zum Beispiel. Aber die Partie kann man immer nachspielen. Hier geschah Turm schlicht H2. König schlicht B6. Ja, und hier bekomme ich es auch schon mit der Angst zu tun als Schwarzer. Weil wie will man diesen Bauern aufhalten? Turm H3 greift den Bauern auf G3 an. Turm C3, sehr starker Zug, greift den Springer an und forciert oder zwingt den Springer, dass er nach F5 geht. Das ist eine sehr wichtige Idee. A5 zum Beispiel wäre schon technisch, weiß nicht, A5 Turm schlicht G3, ist schon ein bisschen schwieriger. Und es gibt Varianten, wo Schwarz hier mit dem Springer den Bauern schlagen kann. In dem Fall geht es nicht. Ich vermute mal, dass aber Turm C3, was Vincent gespielt hat, genau in diese Richtung geht. Und zwar der Springer muss nach F5 und hier steht er einfach nicht so toll. Der ist ziemlich weit weg vom Geschehen. A5 jetzt und jetzt läuft der Bauer. Turm schlicht G3. A6. Freibauen müssen laufen. Wenn ihr Freibauen habt, lasst sie laufen. Ja, das ist hier gewonnen jetzt, wie weiß. Springer E7 noch. Was passiert nach Turm G1? Ganz einfach. A7. Und der Läufer auf F3, fernwirkende Figur, unterstützt A8 hier. Ich kann natürlich hier noch irgendwelche Schachs geben, aber das ist total egal. Ich laufe dann einfach weg mit dem König. Und am Ende muss Schwarz den Turm opfern hier. Für den Bauern. Und das ist einfach zu viel Material für weiß. Pragna probierte noch hier Springer E7. A7 natürlich. Jetzt noch ein kleiner letzter Versuch. Turm schlicht F3. Aber A8. Schach. Zwischenzug und Schwarz gab auf. Was war überhaupt die Idee von Turm schlicht F3? Ganz einfach. Die Idee war Turm schlicht F3. Springer C8. Schach. So, so, so. Auch das ist gewonnen für weiß. Aber hier hätte weiß noch ein paar technische Probleme zu lösen, weil jetzt würde der König hier angerast kommen und hier sind noch ein paar Freibauern. Ja, ist zwar auch gewonnen. Aber natürlich nach Turm schlicht F3. A8 Dame war natürlich deutlich einfacher. Ich finde ein wirklich. Ja, ein interessanter Sieg insofern, weil er zeigt, dass Vincent strategisch, ich finde, einen Riesensprung gemacht hat in den letzten ein, zwei Jahren. Gerade in dem Pandemiejahr. Und auch oft zeigt, dass er gegen diesen ganzen, gegen die stärksten Talente der Welt nicht nur mithält, sondern einfach sie auch schläft. Sie auch schlagen kann. Und auch das Endspiel, wie er das hier behandelt hat, das war wirklich à la Bonheur. Wie er den König aktiviert hat, wie er seine Figuren aktiviert hat, wie er die Stärke des Läufers ausgespielt hat. Für einen 16-Jährigen eine erstaunliche Reife. Und ja, toller Sieg. Und das gibt ihm auch Selbstbewusstsein natürlich, wenn er sieht, dass er diese Leute schlagen kann. Weil Prangananda ist schon seit vier, fünf Jahren so der Mann, das große indische Supertalent. Neben den vielen anderen indischen kleinen Wunderkindern. Aber Prangananda ist halt derjenige, der so dem am meisten zugetraut wird. Zusammen natürlich mit so Leuten wie Sarin Nihal oder Gukesh, die auch bei dieser Polgar Challenge mitmachen. Nach 15 Runden allerdings führt immer noch Prangananda mit 12 Punkten. Vincent Keimer hatte einen super dritten Tag. 4,5 aus 5 Punkten. Liegt auf Platz 5 mit 10,5 aus 15. Wird auf jeden Fall am letzten Tag noch um einen Platz an der Sonne spielen. Top 3 ist auf jeden Fall drin. Super Partie. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und lasst gerne ein Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt. Bis bald.